Wir können uns ja immer so ein bisschen umsehen, dass wir da noch so alles finden. Da oben, wo ich den Typ weggeballert habe, was haben wir da? Gold? Das ist nichts. Wie bist du da jetzt so hingekommen? So schnell. Wo? Glauben bin ich. Also gerannt. So, ich glaube, das war es hier. Jetzt können wir hier die Tür öffnen. Wie viele, ähm... Komm schon! Ja! Wie viele? Wie viele von diesen komischen blauen Dingern gibt es denn in dem Level? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Du hast es vorgelesen. Ja, ich habe das... Ja, meistens, wenn ich selbst vorlese, dann vergesse ich immer, was da drinne stand. Äh, Kontrollpogen. Rotes Kraut. Hast du noch platzend in deinem Schrotgewehr? Äh, ja. Dann nehme ich mal die Schrotgewehr mal hier mit. Moin! Äh, ich kann das kombinieren. Ich habe noch grünes. Ja, ich habe noch ein grünes über. Könnte man machen. Wäre vielleicht ganz... Kombinieren? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache hier. Warte mal, ich... Kann man irgendwie die Waffe, äh... Wechseln auf einen anderen Slot? Äh, müsste gehen über... Äh, hm. Nee, ich glaube so hier jetzt gerade nicht. Die sind an einem ganz beschissenen Ort. Na gut. Können wir dann später irgendein Dings machen? Ja. So, wo wollen wir? Ja, wir müssen wohl noch. Springen! Wir müssen, glaube ich, die Fässerpuppe wieder so direkt stehen. Ah! Hat funktioniert. Guter Schuss, bis ich gezielt habe. Oh, jede Menge Freunde hier. Warte mal. Au, aah! Autsch. Boah, zieht das viel ab. Ich kann hier was aufspießen? Wo kann ich hier was aufspießen? Ah, das war der Kamerate. Oh, oh, wer ist denn da neben dir? Ich glaube, wir sollten besser hier... Nein, ich messere den. Bäh, äh... Voll weggesitten. Wann ich nochmal treten? Ich kann das aufspießen. Ist jetzt tot. Weiß ich nicht, aber da kommen noch zwei. Mehr. Nee, nee, ist auch auszuweichen. Wahnsinnig. Ja, komm, hier. Bäh! Du bist sehr wenig lebenmäßig, ne? Okay, ich... Dann nutze ich mal mein Kraut. Oder? Benutzen. Oh, gut. Das nimmt sogar uns beide mit. Oder willst du nochmal? Nö, ich denke, für den Anfang reicht das mal. Muss reichen, muss reichen. Aber ich könnte mal wieder nachladen. Äh, kombinieren, zack. Kombinieren, zack. Dass ich zumindest mal... ...wieder on... ...onze Truppe bin. Hier haben wir noch mehr Munition und... ...eine Brandgranate. Nehmen wir auch mit. So. Wir können jetzt gerade aus. Das ist aber, glaube ich, eine Sackgasse. Obwohl, da liegt Munition und da ist eine Kiste. Also, rein da. Ich tue immer irgendwie... ...falsch. Also, ich... ...wenn ich... ...mein Messer raushol, würde ich dann auch direkt immer mit R2... ...dann schlagen. Aber das geht nicht. Weil R2 die Karte ist. R2 ist... ...richtig. Das ist falsch. Deswegen mache ich dir jetzt mal die Karte aus. Wie viel Schuss für die Pistole hast du denn gerade? Äh, 14 und 50. 14, okay, dann passt das. Kann man denn hier noch irgendwo lang? Das ist ein ganz schmaler Weg, aber ich... ...weil nicht, dass man so durch kann. Ich denke, wir müssen da die Treppe runter. Guck mal, in dem Fass bin ich ja immer schön dran vorbeigelaufen. Deswegen habe ich es ja geholt. Teamwork nennt sich das, ne? Toll, ein anderer macht. Ja. Oh mein Gott. Yay, Kontrollpunkt. In der Kanalisation. Yay. Zumindest ist es beleuchtet. Oh, fuck, Alter. Hunde. Geht ihr weg, Mistviecher. Einmal gut. Gold, nochmal Gold. Schnell. Nein, nicht geben. Nein. Ich hab... Ich hab dir Schrot-Munition gegeben. Gibt's gleich wieder. Ist er jetzt tot oder kommt der noch mal? Nein, ich hab noch mal. Okay, bitte nachhören. Jetzt ist er fertig. Okay, pass auf. Gib mir mal bitte meine Munition wieder. Äh. Geben. Auswählen und dann geben, genau. Also, ich wollte nämlich eigentlich kombinieren. So, hier, schicke du. Hier in dem engen Räumchen ist die Schrotflinte gar nicht mal so verkehrt. So, hier, öffnen. Ganz langsam, dass uns ja keiner hört. Wir haben ja nicht rumgeschossen wie die Gekloppten. Nein, haben wir nicht. Hast du? Nein, nein, nein. So, Pistolen-Munition. So, jetzt denke ich, sollten wir wieder gleich auf sein. Hier ist noch eine. Geld. 300. Ich hab jetzt 43 Schuss Pistolen-Munition. Äh. Ja, ja. Ja. Come on. Come on. Ja, ja. Könnt ihr jetzt Werbung machen? Für Dennis. Mach doch. Mach ich jetzt. Ja, wenn es um die Vorgeschichte geht. Mein Gott. Nein, Tote sind das. Äh, wenn man so... Was ist das denn? Saphir-Birnen? Nimm's, nimm's nochmal mit, ich kümmere mich um die Füße gehen. Geht, geht, geht. War das jetzt ein Ding, ein Schatz, den du da gefunden hast? Ich glaub schon. Oh, oh. Oh. Bleibt mir noch einer übel. Ähm. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn es um die Geschichte geht von Chris Redfield, also Mr. Uäh. Mr. Donkey Kong hier. Uäh. Nicht schlecht. Und den Schiss verschwendet. Uäh. Wie gesagt. Ratatatatatatat. Ich wollte gerade sagen, du könntest übrigens wieder auf deinen Dingens wechseln hier, ne? Aber das ist so gut mit den Waffen. Also mit der hier. Hier, hier klingeln. Können wir das nicht mit dem Messer kaputt schlagen? Ach komm, den einen Schuss muss ich halt opfern. Kötung. So, nochmal, wenn's um die Vorgeschichte von Chris Redfield geht, Mr. Donkey Kong hier, den die Jule steuert, dann sollte man sich die Let's Plays von Dennis ansehen, dem Zuckzeug, zu Resident Evil 1 vor allem. Ähm. Denn da kommt er vor. Unter anderem. Unter anderem. Ja, ist ja schon so ne Resident Evil Persönlichkeit, der Knaben. So, haben wir hier sonst irgendwas rumliegen? Wille aber nicht. Äh. Mach dich mal nicht so breit. Ey, das sind meine Oberarme, tut mir leid. Ach, ja, ich erinnere mich drauf. Erinnerst du dich noch an die Stelle? Ja. Da lief gerade einer. Hast du gesagt, der sah echt aus wie Donkey Kong und seine Oberarme. Er hat Oberarme wie andere Oberschenkel. Oh ja. Da gibt's ein Kraut. Das hätte ich jetzt total übersehen. Oh, hier kann man rein. Und da gibt's Früchte, die man auch wegballern kann. Stimmt, die kann man ja auch wegballern. Ist aber nix drin. Ich hab gerade eben da einen rumlaufen sehen. Im Haus? Ich weiß nicht, ob der... Nee, war noch außerhalb. Bin mir aber nicht sicher, ob der jetzt im Haus steckt. Geh einfach mal rein. Hallo. Das ist ein Fass. Oh, hier ist ein Kraut. Pistolenmunition. Mehr Pistolenmunition. Bin voll. Und dann nehm ich das. Warum mich denn voll? Du hast 50 Schuss. Hatte ich nicht immer irgendwas mit 70 oder so? Alles in allem waren 70, ja. Ach so, okay. Na gut. Glaube ich. Ah, was ist das blaue? Da war eben irgendwas Blaues auf der Karte. Und einen Schlüssel oder sowas. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel. Um durchzukommen. Okay. Ich hab schon gedacht, jetzt werden diese blauen Dinger, die man abschießen muss, irgendwie auf der Karte markiert, da wäre natürlich... Ja, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Aber ich hab so ein ganz ungutes Gefühl. So leise und nichts passiert. Da läuft einer. Wo willst du denn... Wo willst du denn hin? Dann lauf halt. Da ist irgendwo einer auf dem Dach. Der ist da grad drüber. Da ist... Also da läuft grad einer hinten bei den Melonen. Ja, hab's grad gesehen noch. Ich geh mal hier nebenrum. Och fuck ey, die können hier von überall kommen. Das ist nicht so gut. Ich seh' da. Ich seh' seinen Arm. Ich geh' mal noch zu den Melonen hier und schnibbel die mal weg. Was ist da drin? Eine Handgranate. Kann man nie genug haben. Ich ne Melonen. Ja, sicher. Ja, das ist Afrika. Oh, da ist ein Kraut. Ein rotes. Du, ich glaub, wir müssen da den Gang lang, wo der Typ... Kannst du das rote Kraut mitnehmen? Hast du Platz? Ich müsste noch Platz haben, ja. Sehr gut. Ich kann auch kombinieren gerade. Das ist ja noch besser. So, jetzt hab ich wieder ein Plätzchen mehr. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir das Schloss hier schon aufschießen wollen. Oder ob wir erstmal... Ich geh' erstmal drumrum. Um das Häuschen. Ja. Ich geh' um die andere Seite. Mal sehen, ob der Typ noch da ist. Nee, ist weg. Oh nein, dann ist er bestimmt hier hinten bei mir. Also hier sind wir nicht. Hier kann man aufs Dach... Ach, das warst du. Ah! Ja, 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 ich komm mit. Du hast doch ne Karte da oben. Ja, da guck ich aber nicht drauf, wo die Leute rum sind. Die Leiter kann man umstoßen. Ich dachte gerade, was kann man denn hier umstoßen? Na, hier kann man also übers Dach laufen. Schön. Aber mehr ist da auch nicht drin. Ja, wir müssen da in diese Hütte rein. Oh no. Dann mach ich mal auf. Aber das müsste doch eigentlich auch mit dem Messer gehen. Ich meine... Ich glaub, das haben wir beim letzten Mal schon ausprobiert, oder? Ja, ich triff nicht. Ich triff alles nur durch das Schloss. Eben so. Lass mich lassen. Weil ich hab ja 50 Milliarden Schuss. Ich lad noch mal nach. Okay. So, fertig nachgeladen. Komm. Hallo. Hängt irgendwas von der Decke? Ach, ein aufgespießter... Whatever. Was ist denn hier drin? Warum habt ihr denn keine Taschenlampen? So dunkel ist es hier jetzt nicht. Weißt du, was da? Untersuchen. Gucken wir mal. Sie haben ihn aufgehängt. Was für ein grausames Ende. Oder hängt ein Schlüssel? Ah. Abschießen oder was? Ja, scheint so. Hey, da ist er. Ich bin so schlau. Da ist der Schlüssel. Ich nehm mal den Schlüssel. Da, 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 da. Oh. Natürlich. Jetzt haben die gehört, dass wir den Schlüssel aufgenommen haben. Nicht, dass wir den abgeschossen haben. Nein, sie haben gehört, dass wir ihn aufgenommen haben. So, ich würd jetzt sagen, wir beeilen uns einfach mal... Aufs Dach. Rennen zu dem... Uah, jajajaja. Renn, renn, renn. Zu dem blauen Symbol hin. Achso. Nein. Zu dem Schlüssel. Mach auf. Bär. Ah. Ich schnelle. Aua. Der hat mir seine Rohrzeile an den Kopf geworfen. Was ein Arsch. Und hat gerade eben einfach mal so einer aus dem Portemonnaie gezückt. Der zweite. So, ich bin relativ low on Energie. Sind hier noch irgendwo Zombies oder nur die zwei? Ja, hinter uns. Da ist ein Dicker dabei. Ja, ja. Egal, ich schieße mit einer Sprutflinte auf dich. Wo bist du? Ist der tot? Ich stehe. Der Dicke ist immer noch mal umgefallen. Ich kann auch nicht mehr irgendwie... ...bremsen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich muss schnell nachbleiben. Ah, falsche Munition. Oh. Gehst du weg? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir den wirklich umbringen müssen. Ah, voll unbeschossen geil. Frag mich mal, wie oft ich hier da hinten schließe. So. Ich lass mal schön den Kopf mit... Ich dinges weg. Da kommt noch einer. Da kommt einer links von dir. Wo ist das denn da oben? Da oben ist noch ein Ding. Da. Ich... So ein Gefallen. Ja, so ein Gefallen. Nein, nicht die Munition. Da kommt noch einer. Ein Schwert. Schnell. Ich will, dass ich das irgendwie schnell gehen kann. Achso, soll ich dich heilen?